Grüezi miteinander! Im März wird es, wie schon beim letzten Abstimmungstermin, wieder keine Vorlage auf Bundesebene geben. Wer aber ein wenig auf dem Schirm hat, welche Initiativen da teilweise auf uns warten, der kann sich vorstellen, welchen Spass wir im Verlauf des Jahres noch haben werden. Naja, das heisst aber nicht, dass keine wichtigen Abstimmungen oder Wahlen stattfinden werden oder schon stattgefunden haben. Aus einem politischen Blickwinkel hat das Jahr 2023 bereits für Überraschungen gesorgt. Der Kanton Basel-Land sorgte gleich für mehrere besondere Momente. Bei den Regierungsratswahlen am 12. Februar erreichte der Kandidat der kleinen Evangelischen Volkspartei mehr Stimmen als die Kandidatin der SVP. Und das bedeutet, dass die SVP nicht mehr im Land Basler Regierungsrat vertreten ist. In dieser Mehrheitswahl scheiterte die SVP also kläglich. Ganz anders bei den Landratswahlen, die ebenfalls am 12. Februar stattgefunden haben. In dieser Verhältniswahl überholte die SVP die SP und ist neu stärkste Proporzpartei im Kanton Basel-Landschaft. Das war sie in Basel-Land von 2011 bis 2019 und eben jetzt wieder. Und das wiederum bedeutet, dass es nur noch einen Kanton gibt, in dem die SP die stärkste Proporzpartei ist, und zwar Basel-Stadt. Das ist nicht nur politisch interessant und erwähnenswert, sondern führt uns zum eigentlichen Thema. Im Kanton St. Gallen wird nämlich am 12. März 2023 die Ersatzwahl eines Mitglieds des Ständerates durchgeführt. Der Sozialdemokrat Paul Reichsteiner ist nach vielen, vielen Jahren auf der politischen Bühne zurückgetreten. Er war von 1986 bis 2011 Nationalrat und von 2011 bis 2022 Ständerat für den Kanton St. Gallen. Und von wem dieser freigewordene Sitz übernommen werden soll, das entscheidet am 12. März das St. Galler Kantonsvolk. Wem nicht ganz klar ist, was es mit den beiden Schweizer Kammern, National- und Ständerat auf sich hat, was Proporz- und Majorswahlen sind, der findet in der Infobox einen Link zu einem früheren Beitrag. Wir haben hier beim Ständerat also eine Majorswahl, eine Mehrheitswahl. Erstaunlich ist, dass der Kanton St. Gallen eine klassische, konservative SVP-Hochburg ist, also in Proporzwahlen. Gleichzeitig hat die SVP noch nie einen Ständeratssitz im Kanton St. Gallen erringen können. Sogar 2011, als mit Doni Brunner ein sehr bekannter und auch ziemlich beliebter SVP-Politiker antrat, unterlag er dem eben kennengelernten Sozialdemokraten Paul Reichsteiner. Der andere St. Galler-Sitz im Ständerat gehört momentan Benedikt Würth von der Mitte, der ehemaligen CVP. Daher hat die Mitte auch keinen eigenen Kandidaten ins Rennen für den zweiten Sitz geschickt. Die St. Gallerinnen und St. Galler können aus vier Frauen auswählen. Franziska Rieser von den Grünen, Barbara Gysi von der SP, Susanne Vincenz-Stauffacher von der FDP und Esther Friedli von der SVP. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber gerade bei Politikern sind mir triviale Eckdaten wie Alter, Beruf oder Anzahl Kinder herzlich egal. Mir ist zum Beispiel viel wichtiger, was die politischen Akteure denn konkret machen. Was fordern sie? Was bringen sie ein? Für wen kämpfen sie? Und daher bete ich euch nicht den Lebenslauf der vier Frauen herunter, sondern wir sehen uns an, was die in ihren politischen Funktionen denn so einbringen. Genauer gesagt, was die letzten Vorstösse im Parlament waren und ob sie schon Anträge einreichten, die angenommen wurden, also wirklich etwas verändert oder bewirkt haben. Beginnen wir mit Esther Friedli von der SVP. Sie ist seit 2019 Nationalrätin. Ihre letzten vier Vorstösse waren Fragen. Zwei davon hängen mit der Migration zusammen. Eine bezieht sich auf den Schutzstatus S für die Flüchtlinge aus der Ukraine und welche dieser Personen auch wirklich in der Ukraine lebten. Eine andere beschäftigt sich mit der irregulären Migration an der Ostgrenze. Eine weitere Frage thematisiert die mangelnde Zahlungsmoral bei der öffentlichen Hand, bei der sie übrigens die Antwort erhielt, dass weit über 95% aller Zahlungen des Staates fristgerecht ausbezahlt wurden. Hinzu kommt noch eine Frage über das Kulturland und wie viel davon durch öffentliche Bauten, Fahrradwege etc. zerstört wurde. Kurzum, es steht SVP drauf, es ist SVP drin. Migration, Ausländer, unfähiger Staat. Und noch kein Antrag von ihr wurde an- oder aufgenommen. Wer glaubt, durch so eine Politik gut vertreten zu sein, der wird Esther Friedli seine Stimme geben. Wenn du glaubst, dass diese Inhalte unbedingt in den Ständerat gehören, dann ja, weisst du, wo das Kreuz hin muss. Kommen wir zu Susanne Vincenz-Stauffacher von der FDP. Sie ist wie Friedli seit 2019 Nationalrätin. Und ihre letzten vier Vorstösse beschäftigen sich mit Stromengpässen oder der Rolle von Notstromaggregaten. Darum, ob bei präventiven Leistungen im Bereich der sexuellen Gesundheit und Gynäkologie Sparpotenzial vorhanden ist und ein Vorstoss möchte alternative Treibstoffe wie Flüssiggas besser ausnutzen. Wir haben hier recht unspektakuläre, freisinnige Sachpolitik. Unabhängig davon, wie man ideologisch dazu steht, sind das Vorschläge, konkrete Ideen und Vorstösse. Selbstredend mit dem Ziel, Märkte auch attraktiver zu machen oder staatliche Leistungen einzusparen. Sie hat es sogar geschafft, dass einer ihrer Anträge angenommen wurde. Ein sehr wichtiger noch dazu. Ein 24-Stunden-Beratungsangebot für von Gewalt betroffene Personen gemäss Istanbul-Konvention, von dem vor allem Frauen als Opfer von Gewalt profitieren können. Übrigens, welche Partei und welche Räte besonders gegen diese Motion kämpften, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Die Partei fängt mit S an und hört mit VP auf. Mehr Tipps gebe ich an dieser Stelle nicht. Man kann bei Susanne Vincenz-Stauffacher also wirklich von einer Freisinnigen im besten Sinne des Wortes sprechen. Ganz unabhängig davon, wie man zum Schweizer Freisinn steht. Die nächste Kandidatin ist Barbara Gysi von der SP. Sie versucht natürlich, den freigewordenen Sitz ihres Parteikollegen Paul Reichsteiner zu verteidigen. Sie ist seit 2011 Nationalrätin. Und mit ihr wäre der Kanton St. Gallen mit einer hervorragenden Sozialdemokratin vertreten. Denn ihre letzten Vorstösse stehen sinnbildlich, für wen man eigentlich Politik machen sollte. Sie versucht, die Lage von Mieterinnen und Mietern zu verbessern, die von steigenden Preisen betroffen sind. Sie möchte, dass unnötige Kostenberechnungen bei Langzeitbehandlungen von Diabetes unterbunden werden. Sie fordert sofort Massnahmen gegen die chronische Unterfinanzierung der Kinder- und Jugendmedizin. Und dass der Export von ausserordentlichen IV-Renten ermöglicht werden soll. In allen vier Vorstössen geht es entweder um die schwächsten in unserer Gesellschaft, um von Armut Bedrohte oder Schutzbedürftige. Drei ihrer Vorstösse wurden auch schon angenommen. Und auch in diesen versuchte sie, Schutz- und Hilfsbedürftige zu unterstützen. Da ging es darum, welche Auswirkungen das stufenlose Rentensystem für die Erwerbstätigkeit von Personen mit IV-Renten hat. Oder welche besonderen Auswirkungen die Corona-Krise für Menschen mit Beeinträchtigungen hatte. Also in Alters-, Pflege- und Wohnheimen. Und welche Auswirkungen die Digitalisierung auf Gesundheitsberufe hat. Weil das schon ein wichtiges Thema ist in Bezug auf Personalmangel, Überalterung der Gesellschaft, Entlastung von Pflegekräften und so weiter. Vergleich das einmal mit den Fragen von Esther Friedli. Und fragt euch dann, was ihr euch als St. Galler im Ständerat eher wünschen würdet. Eine Frau, die sich für die Schwächsten und Ärmsten einsetzt. Oder eine Frau, die wissen möchte, ob ukrainische Flüchtlinge auch wirklich, wirklich schutzbedürftig sind. Oder doch nur Schmarotzer. Die vierte und letzte Kandidatin ist Franziska Rieser von den Grünen. Sie ist seit 2019 Nationalrätin. Und als Grüne setzt sie sich natürlich für Klimaneutralität, aber auch für Wohn- und Lebensqualität ein. Indem sie beispielsweise anregt, Städte mit Grünflächen und klugen Umbaumassnahmen in den heissen Sommern abzukühlen. Auch hat sie, als potenzielle Ständerätin nicht zu vernachlässigen, ihre St. Galler nicht vergessen und möchte wissen, ob Nachtzüge bald auch in St. Gallen halten. Stichwort Ausbau und Zugang des öffentlichen Verkehrs, Alternativen zu Kurzflügen schaffen etc. Aber auch sie vergisst die Schwächsten in unserer Gesellschaft nicht, indem sie sich beispielsweise dafür einsetzt, den zweiten, also geschützten Arbeitsmarkt zu fördern, die Arbeitseingliederung zu verbessern und nicht zu verhindern. An- oder aufgenommen wurde bisher noch keiner ihrer Vorstösse. Ich glaube, es ist eindeutig, welche Kandidatinnen den glühenden Gewerkschafter Paul Reichsteiner relativ deckungsgleich ersetzen würden. Und es ist auch ziemlich klar, wer sich gar nicht, wer sich ab und an und wer sich äusserst stark für die Schwächsten in unserem Land einsetzt. Welche Kandidatinnen beherzigen, dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Klar, das kommunistische Manifest ist kein Gradmesser, aber wie… Was? Ach, das steht in unserer Bundesverfassung. Entschuldigt, ich komme mit diesen linken Kampfschriften manchmal durcheinander. Ihr findet in der Videobeschreibung die Links zu den jeweiligen Parlamentseiten und eigenen Seiten aller Kandidatinnen. Egal, wo ihr ideologisch und parteipolitisch steht, geht wählen. Nehmt dieses demokratische Recht in Anspruch. Und seid euch gerade bei der Ständeratswahl noch zusätzlich bewusst, wie extrem selten es ist, dass in einem Zweikammernsystem beide Kammern direkt durch das Volk gewählt werden. Das ist in Österreich oder Deutschland nicht der Fall. Und denkt vielleicht, bevor ihr das Häkchen setzt, noch einmal an die Worte unserer Bundesverfassung und entscheidet dann, für welche Kandidatinnen das Wohl der Schwachen nicht einfach eine Phrase, sondern ein aufrichtiges Anliegen ist. Merci fürs Zulassen. Geht wählen und bis zum nächsten Mal. Gehen. 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 Vielen Dank.